Ich laufe mit der Kamera in Johannesburg, ich laufe mit der Kamera in Johannesburg. Alles cool hier, alles gut. Facing on the camera, introduce an area. Willkommen in Johannesburg, Südafrika. Wir sind im Downtown, in einem Stadtteil namens Santel. Jetzt, ich will wissen, wen man hier rumkommt, als Baustelle. Wie kommen wir hier rum? Muss auf der Straße laufen. Lauf mitten auf der Straße, keiner darf mich umbringen. Autos sind hier auf dem Gehweg. Da weiß ich selber nicht, wie ich hier rumkomme. Ich schau mal das an. So, wir gehen zum Einkaufszentrum. So. Es riecht etwas anders hier. Das ist die Michelangelo Tower. Das ist das größte Gebäude Afrikas. Oder es war mal. Oder es war mal. Wir sind die meisten auf der Straße, ja. Wir sind hier mit Weibhause. Wir sind hier mit dem Barschland, ja. Wir sind hier mit unseren Hohen. Wir kommen hier, ja. Wir sind hier mit unseren imaginaryern. Wir sind hier mit unseren Familienern. Ich kann, ich kann. Ich kann, ich kann. Ich denke, ich kann. Ich weiß das gerade. Was ist die Afrika? Ja, das ist die Afrika. Ja, das ist die Afrika. Wir sind in Europa. Oh, aus Europa. Was ist der Name? Terence. Ja, NCE. Oh, mein Mann. Vielen Dank für dich, mein Mann. Ja, wie gesagt, ich weiß die Afrika, noch nicht persönlich. Wir treffen ihn. Ich bin sehr froh, mein Mann. Wir können mit etwas arbeiten. Wie gesagt, ich bin immer klein. Ich habe noch viel Geld, in der Kosten, die Sie schaden. Aber ich würde sagen, ich würde sagen, in etwas, was ich beginne, ich würde gerne treffen, jemanden, der ein bisschen Erfahrung ist. Ja, Erfahrung! Ich würde auch auf die Afrika arbeiten. Ja, natürlich. Danke, mein Mann. Ich danke euch auch. Ich danke euch auch. Deine erste Hilfe. Ja, ja, ja. Warte, mein Slogan. Facing auf die Kamera, introduce an einem Ort mit meinen Hormen. Tschüss. Schau, schau, meine Gents. Joburg ist cool. Lecker. Das ist gut. Das geht schon. Gott ist gut. Ich hatte ein Geruch. Sie hat seine Geruch. Er ist gut. Der ist gut für die Kamera. Das ist gut. Es wird gut gemacht. Der war Fakt. Der war der Kenobi. Der ist gut. So, Central City Office Tower Wenn man so Geldtransporter sieht, man muss immer Abstand nehmen Weil Überfälle können vorkommen bei sowas Aber wir brauchen nicht übertreiben, Johannesburg ist cool Zettel So So das da ist das höchste gebäude von afrika oder es war mal also momentan das höchste gebäude jetzt ist es in ägypten und das ist michael angelo hier hat michael jackson schon mal übernachtet bin gestolpert so Schau mal Ich laufe mit der Kamera in Johannesburg. Alles cool hier, alles gut. Eigentlich wir sind in Sandhön, im nördlichem Stadtteil, die nördlichere Innenstadt. Ja, ich flesche mit der Kamera in Johannesburg. Ich flesche Rom damit. Es ist alles easy. Findet ihr die Stadt gefährlich? Also es ist nicht unbedingt gefährlich. Also in dem Stadtteil ist alles gut. Vielleicht in den älteren Innenstadt ist etwas gefährlicher. So, brother. So, brother, so. So, do you know where the Margenbiel is? Margenbiel.